Musik Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum fünften Türchen. Wir starten mit dem Gewinner vom letzten Türchen, zwar vom vierten. Zur Erinnerung, dort konntet ihr ja vier Magpul Magazinschlaufen gewinnen für das Gliber 5,56. So, und der Gewinner dieser vier Magazinschlaufen ist Iyoda, hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Hashtag US Events Channel 2017 Ich habe drei Midcamps und ein Heike. Du verlost vier Stück. Perfekt. Würde mich immer freuen zu gewinnen. Für dich jetzt Iyoda, das spreche ich jetzt richtig aus. Schau in den Kommentarenbereich, dort willst du einen Kommentar sehen von mir, der ist angepinnt. Dort bitte einmal antworten, dein Gewinn zu bestätigen und schreibe bitte auch deine E-Mail-Adresse. Wir machen uns sofort weiter mit dem fünften Türchen. Was könnt ihr gewinnen? Heute könnt ihr ein Swiss-Eye Raptor Brillenset gewinnen. Was ist da alles drin? Ganz einfach. Wir haben hier einmal die Schutzbrille. Da drin ist übrigens das schwarze Glas, das ist genau die gleiche Brille, die ich auch habe. Nur der Einzige Unterschied ist, dass das Brillengestell E-Olive ist und nicht schwarz bei mir. Ansonsten ist es genau die gleiche Schutzbrille. Ja, ähm, die Schutzbrille könnt ihr komplett einstellen. Ihr könnt hier an diesen, wie heißen diese Dinger? Egal, da könnt ihr auf jeden Fall hier den Winkel verstellen, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt das hier so knicken, sag ich mal, könnt auch nach oben machen, wenn ihr das haben wollt. Ihr könnt die Länge verstellen. Das Teil ist komplett einstellbar. Ihr habt übrigens auch noch, neben dem schwarzen Glas, habt ihr noch zwei weitere Gläser. Und zwar haben wir hier einmal noch orange und einmal klar. Was ihr euch fragt, wie mache ich jetzt einen Glaswechsel? Ganz einfach. Ihr habt bei der Brille in der Mitte so dieses Teil hier. Ich bin jetzt kein Brenne-Expert, ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall geht hier mal kurz mit dem Finger rein und drückt das nach oben. Dann werdet ihr sehen, dass ihr das so weg drücken könnt. Na, das ist jetzt hier schon lose. Dann nehmen wir einfach das Glas, halten hier nur noch die Haltung raus und dann haben wir jetzt das Glas entfernt. Dann würden wir jetzt quasi das neue Glas nehmen und quasi das gleiche umgekehrt machen. Wir fangen an, indem wir das Glas in die Bogenhalterung einsetzen. Auf der einen Seite und dann auch auf der anderen Seite. Ja, das könnt ihr gewinnen. Was ist sonst noch hier dabei? Ein Mikrofassertuch, vielleicht noch erwähnenswert zum Reinigen. Oder keine Bedienungsanleitung. Ansonsten, das war's. Das könnt ihr gewinnen. Wie gesagt, wenn ihr das gerne haben wollt, Schritt 1, seid Abonnent. Schritt 2, da scheitern gefühlt die Hälfte der Leute an den Kommentaren. Schreibt diesen Hashtag in den Kommentarbereich richtig, genauso wie er jetzt hier steht. Genau wie er hier steht oder auf dem Titel. Genau so. Mit dem Datum bitte auch. Also das Jahr 2017. Ich musste bei diesem Gewinnspiel, das ja mit den Magazinschlaufen, ich musste 8 mal losen, weil irgendwer immer was falsch hatte. Entweder das Ja vergessen im Hashtag, entweder hat ihn falsch geschrieben, er hat gar kein Hashtag hervorgesetzt. Der Grund fehlte, der ganze Hashtag fehlte. Also Leute, bitte, wer gewinnen wollt, diesen Hashtag richtig in die Kommentare schreiben und dahinter einen guten Grund. In einem Kommentar. Danke. So. So könnt ihr gewinnen. Morgen wird der Gewinner bekannt gegeben, wie jedes Mal. Viel Glück und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.